Helmut, okay, also die Hunde zur Box bitte, Börmedeckchen weg, Halsfälzer weg, alles was dazugehört. Eins, drei und fünf werden die Hunde eingesetzt. Okay, die Hunde dürfen in die Box, der Start ist frei. Okay, alles klar. Okay, rein bitte, Start ist dann frei. Halsfälzer ist bereit, es ist gleich los, Halsfälzer läuft und die Hunde kommen auch raus. So, dann habt ihr jetzt noch bereit, Silberhaupt Calimera, Devlops Restus, Indulci Bublo, Effigent und Amaranthal. Jetzt bitte die Hunde, beraten wir uns am Rattelplatz. Ich glaube, die Hunde hat, glaube ich.